Genau, hallo, wir sind das Team Lärmkarte, wir sind Nele, Teresa, Yamo, Hanna, Mitya, Michael, Imre und Hikari und wir haben uns mit dem allgemeinen Problem beschäftigt bzw. was uns beschäftigt hat war, dass es sehr viel Lärm in Berlin gibt und wir wissen wollten, wo viel und wo wenig Lärm ist und das darstellen wollten. Das Endprodukt soll eine Web App werden, eine App, die man sozusagen im Browser öffnen kann, wo man sozusagen Lärm exakt visuell dargestellt lesen, ablesen kann anhand eines Heatmaps. Ein Heatmap ist sozusagen eine visuelle Darstellung, indem man sozusagen Flecken auf der Karte findet und da kann man sehen, wo es laut ist, wo es nicht so laut ist, wo man nicht so viel hören kann, wo es sehr laut sein könnte und so weiter. Wir haben das Web App gemacht, indem wir HTML, CSS und JavaScript genutzt haben und die Karte haben wir dank einer Open Source JavaScript Library namens Leaflets installiert. Das ist eine App, wo man Karten herholt. Genau und als wir dann uns mit den Daten beschäftigt haben, haben wir uns etwas inspirieren lassen vom Open Data Vortrag, den wir am Freitag Abend hatten und haben dann tatsächlich auch recht schnell Daten für unser Problem gefunden, nämlich Straßenverkehrslärm. Als wir uns die API dann angeguckt haben, haben wir uns aber eher so gefühlt, denn die API gibt zwar Bilder für Karten zurück, aber wirklich lesbar ist das nicht, weil PNGs einzulesen ist etwas tricky. Wir haben uns trotzdem dem Problem angenommen und uns gedacht, wie wir das am Ende lösen können. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir das Zentrum von Berlin in ungefähr 10.000 Datenpunkte oder 10.000 Bilder aufteilen. Die Bilder wiederum teilen wir dann nochmal auf in 64 Bereiche, sodass wir insgesamt, wenn wir es hinbekommen am Ende, 600.000 einzelne Messpunkte haben, die wir dann wiederum auf der Heatmap darstellen können, sodass wir dann quasi für jeden dieser 10.000 Datenpunkte eine Liste von durchschnittlichen Dezibelwerten haben, weil wir eben die Farben, die für die Dezibelwerte stehen, zählen und so den Durchschnitt berechnen, sodass wir dann am Ende für auch die Demo gleich Daten abgespeichert haben, die das Backend lädt und zwar ungefähr 150.000 Messpunkte. Achso. Genau. Im Backend haben wir an sich nur Schnittstellen erstellt und damit die Verarbeitung der importierten Daten gemacht. Genau. Außerdem haben wir uns damit beschäftigt, wie man mit verschiedenen Sensoren Lautstärke wahrnehmen kann und die Daten verarbeiten kann. Dafür haben wir zuerst einen Python-Script geschrieben für unsere Mikro, für unsere Laptop-Mikros. Genau. Damit konnten wir dann zum Beispiel die Dezibel messen. Außerdem haben wir dann noch eine Flutter-App gemacht, mit der man ebenfalls dies messen konnte. Und wir haben außerdem noch einen Raspberry genommen und an den ein Mikrofon angeschlossen, damit wir den ebenfalls als Sensor benutzen konnten. Und für alle diese Sachen haben wir dann eine Verbindung zur Schnittstelle im Backend gemacht, damit die Daten eben ans Frontend später auch gelangen können. Wir haben noch eine Demo des Sensors. Genau. Jetzt hatten wir überlegt, dass wenn wir jetzt alle ganz ruhig sind, wird man sehen, dass die Dezibel alle sehr weit runter gehen. Und wenn jetzt mal das Publikum etwas Geräusche macht, dann kann man eben die Werte sehen. Diese würden dann eben ans Backend weitergeleitet werden. So, jetzt stelle ich euch ganz kurz die Lärmkarte vor. Im Prinzip kann man sagen, das ist halt so eine Art Google Maps, aber halt nur, dass die gemessenen Daten halt im Umkreis von Berlin angezeigt werden. Dort, wo es rot ist, kann man halt sagen, dass es halt am lautesten ist. Und weiter, wo es schon so gelb-grün geht, dass es halt dort ruhiger ist. Und unsere Ausblicke für die Zukunft sind Erweiterungen an der Website. Zum Beispiel können wir ein Layout verbessern oder ein Design auch natürlich. Und wir wollen auch mehr von den Raspys sozusagen bauen, um sozusagen mehr Daten zu bekommen, um sozusagen auch die Map wirklich sehr groß und mehr Daten angeben lassen zu können. Und danke an die Mentoren Malte, Abraham, Jens und das Jugendtech-Team für diese Möglichkeit, das Projekt zu machen. Applaus 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 Applaus